Vera Spranger, sie hat ein Schältchen an der Leine. Ich vermute mal die Schwester, ne? Genau. Da haben wir dann auch noch in der familiären Kampf, die Karolin Spranger, an Augenstelle 1723, bitte schön. 1764, Silas Häusch, ist das richtig? Ja, habe ich doch richtig. Mit dem Fox, äh, in der Tatra.